Ich muss zum König! Halt, stopp! Ich muss drücken mit mir, was willst du hier? Du darfst hier nicht durch! Du darfst hier nicht durch! Pöbel wie du darf nicht zum König, einfach so! Aber verstehen Sie mich nicht falsch, wir wurden angegriffen! Wie, wir wurden angegriffen? Ja, von einem Drachen! Von einem Drachen? Ein blutroter Drache! Der Feuer speit! Der hat Feuer gespeit! Und meine Tante ist komplett... Sie ist tot! Verstehen Sie, sie ist tot! Sie wurde verkostet, sie kommt nie mehr wieder zurück! Okay, Moment mal, da muss ich kurz schauen, ob der König Zeit hat. Der ist normalerweise um diese Uhrzeit schwer zu kriegen, aber ich guck mal kurz. Eure Hoheit, Eure Hoheit! Wir haben ein Problem! Was willst du? Ein Bauernjunge ist grad hier, er sagt, dass das Dorf brennt! Nur ein Dorf? Ja, wir werden angegriffen anscheinend, von einem Drachen! Wer kann das nicht warten, bis ich einen Bart genommen habe? Na, es ist nicht irgendein Drache! Es soll ein blutroter Drache sein! Was, der blutrote Drache? Ja, der blutrote Drache! Ich hab's nicht selbst gesehen, aber... Er hat von dem brennenden Bein seiner Oma erzählt! Oh mein Gott! Ich dachte, wir haben den blutroten Drachen schon vor 10 Jahren besiegt! Das dachte ich auch, mein König! Na gut, dann... Das braucht jetzt nicht deine Sorge sein, Balduin! Dann schick ihn mal hier rein, den Bauers! Ich schick ihn rein! Moment, ich komm ihn gleich holen! Ja! Lung, Junge! Ja! Der König, der König empfängt dich! Okay! Aber vergiss nicht niederzuknien! Vor unserer Hoheit! Ah, ein Bauer aus dem Dorf Himmelheim! Hallo, König! Endlich darf ich für ihn persönlich niederkennen! Was eine Ehre für mich! Dann knie! Mein Untertan! Es tut mir leid, dass ich mit solchen schrecklichen Nachrichten... ...quillen muss! Aber es ist was sehr, sehr Schlimmes passiert! Dann erzählen Sie es, Bauer! Ein blutroter Drache ist über unser Feld geflogen! Der blutrote Drache, ja! Das dachte ich mir! Er hat ein Hektar Feld verbrannt! Und meine Tante! Ihre Tante? Ja! Und wie geht's dem Dorf sonst so? Alle tot, oder...? Bisher ist nur meine Tante gestorben! Nur Ihre Tante? Sie ist komplett... Sie kommt nicht mehr zurück, mein König! Sie wird nicht mehr zurückkommen! Sie ist komplett... Wie alt war Ihre Tante? 45! Ja, dann wäre sie sowieso bald gestorben! Also, das ist jetzt nicht ein wenig weniger Verlust! Muss ich jetzt ehrlich sagen! Viel wichtiger ist, dass wir den blutroten Drachen jetzt umgehend bekämpfen! Sonst verbrennt er wieder mehrere Dörfer! Da haben Sie recht, mein König! Und er greift auch manchmal die Burg dann an! Das können wir nicht zulassen, Bauer! Das Junge! Und äh... Wie verfahren wir? Das geht dich... Das geht dich... Pübel nichts an! Wache! 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 Ja, mein König! Was soll ich zu Hause sagen? Schaffen Sie den... Ähm... Bauern raus hier! Aus... Aus dem Palast! König! Was soll ich meinem Vater sagen? Das ist mir egal, dass... Ich hab dir nichts zu sagen! Raus hier! Komm mit! Abschicken Sie ihn raus! Brenne Feld mit dir! Nimm gleich den Eimer mit! Gut! Also Wache! Balduin! Ähm... Wo ist der zu finden, oder? Wo halt? Ja, da... Sie soll... Du sollst mir jetzt den Booten... Den Booten soll ich holen? Den Booten oder den Drachen? Den Drachenjäger? Den Booten! Den Booten erstmal! Damit er den Drachenjäger dann beauftragen kann! Und wo finde ich den Booten, oder? Du bist eine Wache! Das ist ja schon klar, oder? Du bist nicht... Du bist kein Boote! Weil du wolltest... Hohl den Booten jetzt! Endlich! Ich bringe die Botschaft zum Booten! Ich werde die Botschaft zum Booten... Es soll jetzt mal umgeben herkommen! Das Schwein! Das Schwein! Eure Hoheit! Eure Hoheit! Ich bin zurück! Ich habe Ihre Botschaft... Ich habe Ihre Botschaft an den Booten überbracht! Dass er die Botschaft an den Ritter überbringen soll! Er ist jetzt hier der Boote! Ja gut! Dann... Schicken Sie ihn hier rein! Boote! Boote, kommen Sie hier rein! Komme! Oh! 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 Verzeihung! Was bist du denn denn? Verzeihung, mein König! Trautell! Verzeihung, mein König! Ich bin hier, um die Botschaft... Als Boote zu überbringen! Welche Botschaft? Ob ich dachte, die kriege ich von Ihnen! Ich soll eine Botschaft an den Drachentöter überbringen! Na, die Botschaft war an den Booten gerichtet! Oder? Hab ich das? Eigentlich nicht! Ist ja auch egal jetzt! Ich werde Ihnen jetzt Boote, die erforderliche Botschaft übermitteln! Ulrich! Ulrich, mein Name! Boot Ulrich! Ja! Ja! Ihr Name ist mir wirklich egal! Sie müssen umgehend in die Schluchten, in die verwunschenen Schluchten des Königreichs reisen und den Drachentöter Wilbur finden! Oh je! Und ihm mitteilen, er soll sofort sich auf sein Pferd schwingen und in mein Schloss kommen! Hast du das verstanden? Ulrich! Der Boote! Also, ich gehe zu ihm und frage ihm nach einem Pferd! Ich denke schon! Also, gut! Dann, was machst du jetzt? Ich hole mir ein Pferd! Ja! Und... Ähm... Was? Ja und was dann? Du holst dir ein Pferd! Ja, aber was mache ich mit dem Pferd? Ich kann doch gar nicht reiten! Also, äh, Baldwin, was schleppst du mir für einen Idioten an? Es tut mir leid! Mir hat man gesagt, das ist einer der besten Boten überhaupt! Was ist denn mit dir eigentlich verkehrt? Also, äh... Hast du es nicht verstanden? Du sollst mit dem Pferd dorthin reiten und dann kriegst du das Pferd dort und dann kommst du zurück! Also jetzt bin ich ganz durcheinander! Nach der letzten Schlacht habe ich einen Schlag auf den Fäder bekommen! Also... Er hat doch dann schon das Pferd! Was will er dann? Also den, 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 äh... Den Boten tust du in Kerker jetzt einkerkern! Was? Ich bin doch mit dem... Ich bin doch was... Ich sperre ihn weg! Los! Nein! Lass ihn wegbringen! Nein! Okay mein König! Du bist der... Du kommst jetzt mit! Ich will nicht! Draust da! Du wartest draußen! Gut, Baldwin! Hier meine Gleithilfe! Begleitet ihn nach draußen und halt ihn gut fest! Gut Baldwin! Du bist jetzt der Bote! Kriegst du das hin? Gut! Wie war die Botschaft? Also die Botschaft ist, du reist in die verwunschenen Schluchten des Königreichs und überbringst den Drachentöter Wilbur folgende Nachricht. Er muss umgehend in mein Schloss kommen. Ja, er soll einfach kommen. Bringst du das hin? Ja, das sage ich ihm, mein König. Ja, umgehend. Aber ich... Was aber? Ich... Ich... Wo finde ich denn genau? Ja, in den verwunschenen Schluchten des Königreichs. Du weißt das, das gefährliche... Aber ich habe... Aber kennen Sie nicht, mein König, kennen Sie nicht die ganzen Geschichten über das Verwunschen, die verwunschenen Schluchten? Ich habe gehört, noch niemand, der dort hingereitet ist, ist von dort zurückgekommen. Ja, das erzählt man sich so, ja, weil sie auch... Deswegen heißen sie auch die verwunschenen Schluchten. Ja, aber mein König... Wollen wir nicht lieber den Boten schicken? Nein. Ich glaube, der hat schon verstanden, um was es geht. Der wollte sich... Nein, nein, du reißt. Der wollte sich... Das ist dein persönlicher Befehl von mir. Aber mein König, der wollte sich mitruppen. Keine Widerworte. Keine Widerworte. Weil... Okay. Sonst lasse ich dich auch einen kerkern. Okay. Hast du verstanden? Aber ich brauche eine Begleitung. Wie? Ich brauche eine Begleitung, weil wenn ich nicht zurückkomme, dann müssen sie ja gar nicht... Dass ich angekommen bin. Du schaffst das schon. Das sind doch nur Geschichten. Hast du vor ein paar Geschichten Angst? Ich weiß nicht. So... Du bist mein treuster Elite-Soldat, Baldwin. Ja, aber... Du schaffst das schon. Ah, ich... Okay, mein König. Ich werde es wagen. Ich werde mich auf den Weg machen. Und ich werde Ihre Botschaft... Denk einfach immer an mich. Überbringen. Das wird dich anspornen. Ich werde... Denk immer an deinen König. Ich schätze es, ihn dienen zu dürfen, mein König. Gut. Nicht der Baldurin. Ich bin froh, das ganze Gestrüppchen. Ich bin froh, dass Sie mich mitgenommen haben. Das muss ich Ihnen schon nochmal sagen. Lücken, ich bin ja auch froh. Ich habe... Ich habe mich auf den Weg hierher. Ja, ich habe in eine Mission gekriegt. Und dann habe ich bis zu mir noch über den Weg gelaufen. Und ich habe schon mitgekriegt. Du kennst diese ganzen Geschichten. Ich weiß ja gar nicht, wo wir hin müssen. Wo wir diesen... Drahentöter finden. Deswegen... Weiß der König, dass ich den Weg mit dir bestreite? Nee. Der König... Ach, Entschuldigung. Der König weiß davon nichts. Der König weiß davon nichts. Aber ich glaube, das stört ihn auch nicht, weil er hat sich noch nie so recht für den Pöbel interessiert. Und ich wüsste gar nicht, wo ich hin muss. Ich wüsste ja gar nicht, wo ich hin muss. Okay, also ich weiß den Weg. Es sind noch ungefähr 500 Fuß geradeaus. Dann kommt eine Böschung mit einer kleinen Schlucht hinunter. In der Nähe ist ein Wasserfall. Und in dieser Höhle, bei dem Wasserfall, lebt er. Und woher weißt du das? Ich bin überhaupt der Drachenschlechter. Der Drachentöter. Ich weiß das aus mehreren Sagen. Ich habe früher viel gelesen. Viel hat mir meine Tante beigebracht, die leider verstorben ist. Sie wurde verbrannt vom Drachen. Und... Aber das habe ich mitgekriegt. Es tut mir leid. Danke. Aber was ist denn das für ein Typ, den wir extra durch die ganze Prärie reisen, um ihn zu finden? Er ist für mich ein... Für mich ist er ein Held. Er ist nicht beliebt beim Volk, da er Menschen missachtet. Er missachtet Menschen? Ja. Und was macht er mit den Drachen? Bisher hat er die Drachen immer töten müssen. Und das war für ihn einfach sehr, sehr schwierig. Weil man hat aus Sagen gehört, dass er damals mit Drachen aufgewachsen ist. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das macht Sinn, muss ich sagen. Deswegen kennt ihr die Drachen wohl gut, wenn ihr die Schwachstellen. Das ist aber schon lange her. Also ich kenne diese Sagen auch aus meiner Kindheit. Weiß ich, die sind überall wird erzählt. Aber gesehen hat man ja noch nie einen Drachen zuvor. Also ich dachte, der muss ja dann schon steinalt sein. Sei Sie froh, dass Sie keine Drachen gesehen haben. Der Drache schlechter Wilburg hat ungefähr vier Drachen getötet. In mehreren Jahrzehnten. Er müsste jetzt umgerechnet über 90 Jahre alt sein. Über 90 Jahre? Er ist kein Mensch wie wir es sind. Okay, und er würde mit 90 Jahren den Drachen noch töten? Sie können ihn sich nicht vorstellen. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Aber jetzt sind wir hier unterwegs und es ist der verwunschene Waldstück und... Einmal! Einmal hat ein Mann den Kopf abgerissen. Mit seinen bloßen Händen. Ja gut, aber ich muss sagen, also in meinen Zeiten auf dem Schlachtfeld, da haben wir und die Kollegen haben da auch Ähnliches verbrochen. Und trotzdem kommt keiner und sucht mich vor dem Nachbarreich. Ja, aber der Mann, den er den Kopf abgerissen hat, war kein geringerer als... Ah, Lumpenjunge, du weißt doch, wie das mit den Gedüchten ist. Da schlägst einem bald den Kopf ab und dann plötzlich bist du Drachentöter Wilfried. Wilburg. Wilburg. Ein bisschen mehr Respekt, wenn ich Sie bitten darf. Ich weiß, ich bin nur ein Lumpenjunge, aber ein bisschen mehr Respekt, wenn wir zu diesem... zu diesem Mann gehen. Na gut, der hört uns ja jetzt nicht. Was weiß ich, vielleicht ist er hier im Wald und jägt eben was. Jagd eben was. Ja, aber... Aber was ist denn das? Kannst du das sehen? Was ist das? Das muss ein Grab sein. Das sieht komisch aus. Wollen wir mal hinschauen? Ja. Warte mal, was steht doch etwas? Schauen wir uns mal die an. Was steht doch etwas? Das ist ein Grab. Ein Grab. Guck mal, kannst du lesen? Letzter Besucher des Drachentöters Wilbur. Kennst du da was aus deinen Sagen? Kommt dir das bekannt vor? Wenn das das Grab ist... Das sieht furchtig aus. Das ist das Grab von Asriel. Er war der Letzte, den ihr besucht hat. Asriel? Okay, und warum ist denn hier sein Grab? Ja, er kam nie wieder zurück. Es gab ja verschiedene Meinungen über Asriel. Die einen hielten mich für einen guten Zauberer. Er hat Menschen länger leben lassen. Aber was meine Tante mir sagte und was auch in der Sage stand, war nichts Geringeres als, dass er die Seelen der Menschen geklaut hat. Und vielleicht war er deswegen nicht gut auf ihn zu sprechen. Der Drachenschlechter. Okay, also das ist ein Opfer des Drachenschlechters gewesen hier. Ja, und der letzte Besucher soll das ein Zeichen sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich komme nie wieder nach Hause. Aber Wächter, verstehen Sie mich nicht falsch, aber wir dürfen nicht ohne ohne vollbrachte Botschaft zurückkehren. Ja, ist es denn noch weit? Ist es denn noch weit? Aber, aber, Lumpenjunge, wir könnten uns, wir könnten uns gemeinsam, wir könnten durchbrennen einfach. Du weißt selber, wie weit das Königreich reicht. Und ich will nur meine Familie retten. Hast du denn keine Familie? Doch, eine Frau und Kinder auch, aber... Ja, aber dann... Ich weiß auch nicht. Ja, sind die denn nichts mehr wert? Ja, schon, schon. Du hast schon recht, du hast schon recht. Aber ich meine, wenn der den ersten Mal hier einfach killt, ja, ohne mit der Lümpel zu zucken, und man weiß gar nicht, ob der gut oder böse ist, was macht er dann mit uns? Überlass das Reden mir, auch wenn es jetzt ein bisschen, ja, frech von mir klingt, ein Rechter das Wort zu städeln. Aber ich hab... Für mich ist das das Allergrößte, ihn jetzt zu treffen und einfach versuche, etwas Gutes zu tun. Hier vorne ist die Böschung. Hier steigen wir hinab. Luppenjunge, meinst du wirklich, meinst du wirklich, wir sind hier richtig? In dieser Höhle? Es gibt nur diese eine Höhle hier im Umkreis. Nur diese eine Höhle? Das Grab von Asrael deutet stark darauf hin, dass hier sein, seine Höhle ist. Die Totenköpfe am Eingang, die sprechen ja auch Bände. Es sollte lieber ein bisschen leise sein. Wir müssen das finden. Aber siehst du das da vorne? Was ist das? Das ist ein Schatten irgendwie. Das ist Fledermäuse. Ich weiß auch nicht, hier riecht es auch komisch. Mähe, es tropft überall. Wie kann er hier nur leben? Wie kann man hier nur leben? Aber er wollte einfach fliehen. Fliehen von der Gesellschaft. Und wenigstens ist hier, ist er hier vor Drachen sicher, falls das sein sein Problem wäre. Ist auch überall schon nass. Ich bin ja auch noch in eine Pfütze gestiegen. Ganz Dank hast du keine Schuhe. So setzt du jetzt nassere Füße die ganze Zeit. Das ist wohl der Vorteil für einen Lumpen wie mich. Nicht, dass du dich an den scharfen Stein verletzt. Vorsicht. Ach, da hat sich mein wenig Hornhaut gebildet. Ich gehe seit mehreren Jahren barfuß. Glaubst du, dass hier auch Höhlenmonster leben? Höhlenmonster? Ich weiß auch nicht. Du bist ja der, der sich mit den Zahlen gut auskennt, aber... Ich habe davon gehört. Aber nicht in dieser Höhle. Ich habe Teile meiner Kindheit in der Höhle verbracht und da gab es immer Höhlenmonster. Weil in dieser Höhle hätte sich niemand hergetraut. Niemand hätte sich zu Wilbur, den Schlechter, den Drachen schlechter getraut. Wenn hier einer war, dann... Also glaubst du nicht, dass ich Angst haben muss? Sind sie tot. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe einfach Angst. Sie dürfen eigentlich keine Angst zeigen. Aber wo finden wir denn? Wie lange geht es da rein? Kommen wir wieder raus? Ich habe Platz. Ich... Überlassen Sie mir das reden. Mensch, wenn der König nur wüsste. Da hat uns doch ganz schön was eingepluckt. Da vorne liegt jemand. Glaubst du? Siehst du die Lichtung? Wollen wir mal hingehen? Ja. Ich trau mich nicht. Komm, geh du zuerst. Geh du zuerst. Okay. Rechter Baldurin. Da gehe ich vor. Ich versuche ihn... Sei vorsichtig. Ich versuche ihn zu wecken. Ich komme nie wieder nach Hause unter dich. Verehrter Drachenschlechter. Wer weckt mich hier um diese gottlose Stunde? Verzeihen Sie mir. Verzeihen Sie mir. Herr Drachenschlechter. Wir haben hier ein... Was? Was? Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Wie kommt ihr in meine Höhle? Seid ihr komplett bescheuert? Ich bin ein Bauernsohn. Und das hier ist... Ist euer Leben eigentlich gar nichts wert? Was wollt ihr hier? Es tut mir leid, Ehrenwächter Drachenschlechter. Aber wir kommen im Namen des Königs. Der König interessiert mich nicht. Was will ich vom König? Aber der König braucht ihre Hilfe. Er braucht ihre Hilfe. Wir als Volk brauchen ihre Hilfe. Meine Tante wurde komplett verbrannt. Von einem blutroten Drachen. Ihre Tante. Die Zeiten aus der Prophezeiung, sie sind wieder zurückgekehrt. Meine Tante, meine Tante, meine Tante, haben wir jahrelang Geschichten von Ihnen vorgelesen, bis ich selbst gelernt habe zu lesen. Ich bin ein Bauernjunge. Ein Bauernjunge, ein einfacher. Aber ich habe viele Sagen über Sie gelesen. Und ich hoffe, dass Sie uns helfen können. Und der blutrote Drache ist wieder da. Er hat unser Dorf überfallen. Drache? Ja, und der König muss dagegen etwas tun, sonst ist das Schloss noch in Gefahr. Schon wieder ein Drache. Euer Schlei ist ernst. Ja, 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 sehr wohl. Das kann doch nicht sein. Wir sind die ganzen Wege hierher gekommen. Lass mich erstmal kurz ein bisschen wach werden, Jungs. Unermesslicher Reichtum. Unermesslicher Reichtum. Der König offeriert alles, was er hat. Geld interessiert mich nicht. Du sollst doch die Klandarien nennen. Geld interessiert mich nicht. Was will ich mit Geld? Was will ich mit eurem Drecksgeld? Naja, ich meine, hier in der Höhle lebt es sich bestimmt nicht so gut. Verzeih Sie die Worte. Tut mir leid, aber da hinten ist Ihr Klo anscheinend. Und das ist nicht so gut. Wenigstens stehe ich nicht unter dem Fettig von irgendeinem bescheuerten König und muss jeden Tag machen, was er mir anschafft. Ja, aber dafür kümmert sich der König ja auch um die ganzen Leute und um seine Familie hauptsächlich und kümmert sich der König dann gut um euch. Wenn ich hier offen reden kann... Natürlich. Pass gut auf, was du sagst, Lopio. Natürlich. Halt die Schnauze. Er kümmert sich um seine Knappen, um seine Wächter, um seine Kämpfer, ein wenig um seine Frauen. Aber um uns, Drachen Schlechter, um uns kümmert er sich am wenigsten. Wir bringen die Nahrung, wir bringen die Ressourcen, jetzt werden wir angegriffen. Meine Tante hat ihn kein bisschen interessiert. Ich bin hier als einfacher Bauernjunge. Das wurde ich nicht so stark bewertet, was der Bauernjunge sagt. Ich meine, seine Oma ist gar nicht stark. Ruhe jetzt! Meine Tante! Der hat einen schlechten Tag gehabt. Ja, das mit ihrer Tante geht mir schon ans Herz. Ich weiß es, wie es ist, seine ganze Familie zu verlieren. Danke. Ja, dann gehen wir mal los, würde ich sagen. Sie sind die Rettung, Sie sind mein Held. Das freut mich sehr, dass Sie mitkommen. Da gibt es doch eine Ordnung, wieder halt zurückzukommen. Von dir will ich nichts hören. Sei leise. Ich führe nur Befehle aus. Ihre Befehle interessieren mich nicht. Seien Sie leise. Wie können Sie denn einen Lumpenjungen höher bewerten wie mich? Sie sieht das königliche Abzeichen. Ich bin ein Ex-Elite-Kämpfer. Ich interessiere kein Abzeichen, kein Geld. Mich interessiert die Menschlichkeit. Die Menschlichkeit? Ja. Was meinst du mit Menschlichkeit? Das Herz. Das Herz eines Menschen. Das ist der Pöbel. Das ist der Mensch, das Herz am richtigen Fleck. Götter und Spötter, kennen Sie dieses Sprichwort nicht? Das ist eigentlich so unverschämt. Entschuldigung. Er könnte dich jetzt hier einfach nur kalt machen. Ich muss diesem Herrn den König vorführen. Was soll ich denn dem König sagen? Der König wird froh sein. Wenn ich hier jemandem helfe, dann dem Volk und nicht dem König. Wenn ich Sie zum König bringe und Sie denen schlecht über den König, dann muss ich dafür hinhalten. Das sehen wir dann schon. Also bitte passen Sie auf, was Sie sagen. Und der Lumpenjunge war nie dabei hier. Das ist ein Geheimnis. Der Lumpenjunge steht unter meinem Schutz. Nun, ich bin so überras glücklich, dass wir jetzt gemeinsam gehen und dieses Übel bekämpfen werden. Es sieht gut aus für uns. Wir haben es schon fast wieder aus diesem umwegsamen Wald ausgeschafft. Ich hoffe, dass das Pferd noch da ist. Ja, aber wir haben doch nur ein Pferd. Ja, gut, dann muss der Lumpenjunge halt zu Fuß gehen. Der Lumpenjunge wird auf keinen Fall zu Fuß. Ja gut, dann gehst du halt zu Fuß. Du bist das ja eh gewohnt. Haben Sie dir ins Hirn geschissen? Entschuldigung. Du zurückgebliebener Dwarfner. Was denkst du, wer du bist? Ich bin die Lüte des Königs. Du darfst nicht so mit mir reden, du Wilder. Was für Wilder? Ja, guck mal, wie du lebst, wie du haust. Da wird's ein Drecksloch. Wie der Pögel. Halt dich in Maßen. Entschuldigung, ich bitte um Respekt. Ich spreche im Namen des Königs. Das Maß ist langsam voll. Haben Sie überhaupt Zeiten gelernt? Oh mein Gott. Du fragst ihn, ob er reiten gelernt hat? Hüte lieber deine Zunge. Sondern du kannst doch niemals reiten. Hüte deine Zunge. Er hat auf einem Pferd den ersten Drachen erlegt. Auf einem Pferd. Na gut, aber wenn ich den mir so anschaue, alte Klappergestellten. Wie redest du an mir? Achte auf deine Wortwahl. Du Sohn einer pestverseuchten Schlammhude. Du wagst es mich zu beleidigen, du Lebrachschwein? Komm mir einen Schritt nachher, du Bastard. Und du kannst mir eine Klinge schmecken. Noch so ein Spruch Kieferbruch. Fahr mir nochmal so einen Kabel und du kannst Rollstuhl fahren. Das werden wir schon sehen. Gleich lernst du meine Klinge kennen. Ich lasse dich spüren. Na dann komm doch her. Verehrte Herren, verehrte Herren. Ihr dürft keinen Streit anfangen. Vor allem du, Wächter. Wächter Baldurin. Du weißt. Glückwunsch, wenn du meinem Wort widersprichst, dann bist du gleich das nächste Opfer. Aber ich will entsprechen dir doch nicht. Dann haben wir ihn halt nicht gefunden. Ah! Fühlst du deine Zunge? Sonst folgen noch ein paar Schläge. Schrägst du mich? Sei froh, dass du mich mit dem Schwert kennengelernt hast. Hab ich das gerade richtig gesehen? Lass mich kommen bleiben. Bitte ihn nicht. Nein, halt. Du bringst ihn um. Drachentöter. Du hast ihn elendig abgestochen. Er hat es nicht anders verdient. So hast du das getan. Er hat es nicht anders verdient. Was sagen wir dem König? Der König, obwohl, der König ist Ihnen ja egal. Der König ist ja nicht in einem feuchten Furz. Okay, ich werde es so machen. Ich werde sagen, er wurde angegriffen. Ja, von wilden Tieren. Hier im Wald passiert öfter. Da fänden wir schon eine Ausrede. Da werde ich mich zum großen Kopf machen. Okay, dann schreiten wir nun fort. Endlich seid ihr hier. In meinem Schloss. Wilburg, der Drachentöter. Es hat ja jetzt lange gedauert, bis ihr endlich hier seid. Was habt ihr denn so lange getrieben? Was wollen sie eigentlich von? Ja, wisst ihr denn nicht, dass das der Drache, der blutrote Drache, im Lande ist? Da kam mir schon zu Ohren. Ja, und da Sie ja der Drachentöter sind... Verlangen Sie jetzt, dass ich Ihre Drecksarbeit erledige? Ja. Verstehe ich das richtig? Das ist doch Ihre Aufgabe als Drachentöter. Meine Aufgabe? Ja. Oder etwa nicht? Habe ich mich da verhört? Habe ich die Geschichten falsch gedeutet, oder wie? Also, meine Aufgabe würde ich jetzt nicht sagen, dass das ist. Was macht der Bauerntöpel da eigentlich neben Ihnen? Der Bauerntöpel, was für den... Verehrter König, ich habe den Wächter, Balduin, begleitet, denn er war sich nicht sicher über den Weg. Wo ist Balduin? Holt ihn hier rein. Was ist mit ihm? Ihm ist was Schlimmes widerfahren. Was? Ein Waldvieh hat ihn aufgeschlitzt. Ein Waldvieh? Sehr wohl, mein König. Geht das auch etwas genauer? Wir waren gerade auf dem Rückweg, auf dem Rückweg aus der Höhle. Vom Willburg, dem Drachenschächter. Von mir. Ja, und dann? Und dann kam ein riesen lila Wildschwein von der Seite, mit enormen Stachelzähnen, und hatte ihn erwischt. Uns beide konnte ich noch retten, aber für den Wächter gab es keine Chance. Wir mussten ihn dann auch zurücklassen, weil die Wunden einfach zu stark waren. Ja, das verstehe ich natürlich. Es tut mir leid, um Ihren guten Mann. Ja, der ist ersetzbar. Der war eh irgendwie ein bisschen durchgeknallt. Und der ist eigentlich gut weiter, ja. Na gut, kommen wir jetzt nochmal auf den Drachen zu sprechen. Ich bitte Sie jetzt im Namen des Königreiches, dass Sie diesen Drachen töten. Kann ich mich auf Sie verlassen? Ja, gewisse Forderungen werde ich schon stellen. Ja, dann bitte. Ich verlange... Was? Was? Ich verlange, dass Sie Ihr Fußvolk... Fußvolk? Um einiges besser behandeln werden. Da mir da nicht so tolle Worte zu Ohren kamen. Was? Was? Genau, was genau? Da müssen Sie schon ein bisschen genau sagen, was? Ja, dass Sie den Leuten... Ja, was? ...die für Ihre Versorgung zuständig sind, die Ihnen Lebensmittel liefern. Ja. Milch. Ja, und? All das, was Sie zum Leben brauchen, lassen Sie einfach hinten nach, so. Ja, ähm... Gut, ich werde dann einfach, äh, weil Sie sind, und wenn Sie den Drachen wirklich töten, dann werde ich, äh, die Steuern um ein halbes Silberstück verringern. Ist das in Ordnung? Das ist nicht in Ordnung. Was? Das ist auf gar keinen Fall in Ordnung. Ich verlange eine Senkung der Steuern um 50 Prozent. Was? Und zusätzlich durchgehenden Schutz für die Bauern. Ja, das, 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 äh, pfuh. Weiß nicht, ob ich das machen kann, ehrenwerter Baldwin. Baldwin. Dann muss ich Sie wohl mit dem Drachen alleine lassen. Hm. Sie müssen eine Lösung finden. Du bist chill, Bauerntölpel. Du hast hier nicht am kölinglichen Hof... ...hast du nichts zu melden. Verzeihung, mein König. Er hat mit Ihrem König gleich nichts mehr zu tun. Er hat mit Ihnen nichts zu tun. Er kann hier reden, wie er will. Steht der quasi unter deinem Schutz? Genau so ist es. Genau so ist es. Willburg, der Drachentöter. Gut. Nun, dann ist das so. Ja. Dann spreche ich jetzt frei. Dann darfst du frei sprechen, wenn du unter seinem Schutz stehst. Dann sprich auch. Und schau nicht blöd. Drein. Aber Sie tun doch meiner Familie nichts. Wie? Keine Angst, er wird deiner Familie nichts antun. Sie müssen ihn auch noch schützen. Der Drache ist das Problem, nicht ich. Sag mal, wo sind wir denn hier? Wir haben hier den Drachen schlechter vor uns stehen. Er wird das Problem beseitigen. Jetzt gehen Sie seinen Forderungen nach. Ich brauche das aus seinem Munde. Gehen Sie seinen Forderungen nach? Ich brauche das aus seinem Munde, dass er sich um den Drachen kümmert. Und wenn das Problem erledigt ist, werde ich ein Auge zudrücken und werde dann seine Wünsche erfüllen. Dann werde ich quasi die Steuern um 50 Prozent senken für zwei Tage. Und den Bauern Schutz gewähren. Den Bauern Schutz gewähren. Den Bauern Schutz gewähren, durchgehenden Schutz. Zwei Wochen durchgehenden Schutz, okay. Das sind jetzt noch Worte aus Ihrem Mund. Das ist König. Wissen wir das auch irgendwie schriftlich? Wissen Sie? Nicht, dass Sie dann einfach sagen, ja, das habe ich nie behauptet. Ja, können Sie lesen, oder? Selbstverständlich. Ja, dann lasse ich was von meinem Notar, von meinem kündigen Notar aufsetzen. Gut, dann wäre das jetzt geklärt. Somit kann ich Ihnen das Versprechen geben, dass das Problem bis morgen geklärt sein sollte. Sind Sie wirklich so schnell, wie man sagt? Ja, gut, also was brauchen Sie noch? Brauchen Sie noch irgendwas an Ausrüstung, oder fällt Ihnen da noch was ein? Proviant, oder? Ein Schwein. Ein Schwein. Ein grillter Schwein. Nach kurz zum Essen wäre ich... Jetzt, oder? Ja, ja. Und zum Mitnehmen nicht? Zum Mitnehmen brauche ich nichts, aber... Eine Rüstung für mich. Ja, die bekommst du von einem Wächter, von einem anderen, weil Baldun ist ja leider verstorben. Das ist natürlich jetzt sehr schwierig, aber... Gut, dann machen wir das so. Ähm, gut, ja. Danke für die Rüstung. Dann wäre das jetzt alles geklärt. Ähm, gehe dann und erledige den blutroten Drachen für das Königreich. Und ich werde eure Wünsche dann erfüllen. Das machen wir, König. Ich hoffe, dass Sie Ihre Worte einhalten. Ich halte meine Versprechen immer. Das sehen wir dann. Wilburg, der Drachenschlechter. Bis dann. Bis dann. Viel Glück bei dem Kampf. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. So, jetzt muss ich mich noch mit meiner Ehegattin und Königin beraten. Kurz. Frau, Eheweib, komm schnell her zu mir. König? Mein geliebter König? Ja, hallo, da bist du ja. Und, wie war dein Tag heute? Oh, guter Tag. Im Dorf ist alles friedlich. Super entspannt. Ja, ist das so, oder? Ich habe bei meinem Schneider und habe mir Seide anziehen lassen. Toll. Gut, ja. Ich musste heute eine schwierige Entscheidung treffen als der König. Du siehst auch ganz bedrückt aus. Ja, das bin ich auch. Was bedrückt dich denn? Ja, mich bedrückt, dass der blutrote Drache wieder im Lande ist. Der blutrote Drache? Kennst du den nicht, oder was? Was soll der blutrote Drache sein? Ja, ein blutroter Drache, der vor zehn Jahren das Lande verwüstet hat. Hast du da nichts mitbekommen davon, oder wo? Ist das denn ein Kotwort? Was? Kotwort? Ja, das rote Drache, die Periode der Frau. Nein. Das ist der Drache, der Feuer spalt und die Lande verwüstet. Ein echter Drache? Ja, ein echter Drache. Wo warst du da? Hast du da nichts mitbekommen davon? Vor zehn Jahren? Ja, vor zehn Jahren warst du. Er ist sechs Jahre alt. Ach ja, das stimmt. War dein blutroter Drache? Ja, der war da und er hat die Lande verwüstet auf übelste Weise. Und jetzt musste ich Willburg, den Drachentöter, holen lassen. Und er fordert, dass ich dann die Steuern um 50 Prozent senke. Die Steuern senken? Ja. Das geht ja gar nicht. Ja, da werden deine Kleider dann etwas zurück. Tja, und was haben wir für eine andere Wahl? Ja, indem, dass ich eben die Steuern nicht senke. Ja gut, dann ist ja die Entscheidung klar, oder? Was? Ja, was rätst du mir? Hm. Das ist schwierig. Also, ich finde, du solltest bis zum Schluss die Maskerade aufrechterhalten. Welche Maskerade? Von was sprichst du? Ja, das solltest du ihm alles zusagen. Ja. Und dann zum Schluss sechs, drei Steuern einfach doch. Ja, das wollte ich eh machen. Ja, da hast du mir einen guten Rat gegeben. Sehr gut. Keine, keine. Betrübt dich jetzt nichts mehr? Nein. Was ist das für ein Fleck da? Hast du Wein hier verschüttet, oder was? Wein? Ja. Nein. Ja klar hast du hier Wein verschüttet. Das kann ja nicht sein. Du dummes Weib, du. Du Miststück. Das kann überhaupt nicht sein. Komm mal her. Das war ich nicht. Ja. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Ich bin kein Wein verschüttet. Du kleines Miststück. Und jetzt geh ins Zimmer und schließ dich ein. Ich bin auch noch mal gar kein Wein verschüttet. Geh ins Zimmer. Ich bin nicht ins Zimmer. Doch. Ich bin nicht ins Zimmer. Rein mit dir, du. Ich bin nicht ins Zimmer. Au, au, au. Du Miststück, du kleines. Schlechter Wilburg. Mhm. Hier, in diesem Umkreis, treibt der Drache sein Unwesen. Du musst hier irgendwo sein. Das habe ich auch gehört. Halte dich bereit. Mhm. Und, siehst du das da vorne? Was ist denn? Ich bin nicht. Schläft der? Ist aber groß. Meinst du der, meinst du der ist doch tot? Lass uns doch mal hier hingehen. Warte Junge, warte Junge, warte Junge. Wenn hier einer hingeht, dann mache ich das. Ja. Wirklich lebendig sieht der nicht mehr aus, nein. Der sieht aus, als hätte er ein Schwein mit Lebera gefressen. Ja, hier liegen auch noch die Reste von dem Schwein. Da kannst du recht haben. Aber womöglich wird das die Todesursache gewesen sein. Weil sein Herz schlägt nicht mehr. Mein lieber Schwein. Kann das sein? Ja, das kann sein. Dass das unser Problem besiegt. Wir gehen jetzt zum König und sagen ihm, wir haben den Drachen erlegt. Wir sagen, du hast den Drachen erlegt und schauen, was er uns anbietet. Ich habe ein wenig Angst, dass er sein Wort nicht hält. Du kennst den König besser wie ich. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Aber lass uns mal überraschen. Ja, überraschend mag gut sein, aber von dem Mann, er regiert schon mehrere Jahrzehnte und meine Tante hat ihm damals schon mehr oder weniger versucht ins Gewissen zu reden. Und daraufhin wurde sie eigentlich verwandt. Meine Tante... Leute wie er haben kein Gewissen. Leute wie er haben kein Gewissen. Wir schauen, wie glaubwürdig er ist. Aber hältst du es für möglich, dass du den Thron ersteigst? Drachentöter, Drachenschlechter. Eigentlich sehe ich mich nicht so in der Rolle eines Königs. Viel zu viel Stress. Viel zu viel Regeln. Viel zu viel Rundkommandieren. Ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Ich verstehe, ich verstehe. Ich würde den Posten auch übernehmen. Mit dir an meiner Seite. Oder ich mit dir an. Deiner Seite. Das wäre eine Idee, dann kann ich mir auch hin und wieder meinen Tag freinehmen. Sehr gut. So lautet der Plan. So soll es sein. Aber lassen wir es erst mal überraschen, was der König für uns bereit hat. Was er offerieren wird. Oh, da seid ihr endlich. Wilburg, der Drachenschlechter. Und habt ihr den Drachen, den blutroten Drachen erledigt? Alles erledigt. Ja, das ist schön. Und habt ihr auch einen Beweis dafür? Ja, der Drachenzahn als Beweis. Ein Drachenzahn. Oh. Oh. Ja, der gehört jetzt nicht Ihnen. Der gehört jetzt natürlich nicht Ihnen. Sie, Königin. Der Drachenzahn. Oh. Schön, nicht wahr? Ich will meiner Frau damit eine Kette machen lassen. Ich will meiner Frau damit eine Kette machen lassen. Freust du dich jetzt? Ja, behalte ihn. Behalte ihn. Ich habe immer von so einer Kette geträumt. Schaut. Geh mir nicht weiter auf die Nerven und behalte den Scheißzahn. Das ist eine nette Geste von dir. Ich weiß. Wilburg. Wie komme ich jetzt den Drachenzahn? Halt die Schnauze, Herr Weißberg. Da werde ich dir eine Kette draus fertigen lassen. Fall mir jetzt Wort. Gut. Dann war's das, oder? Würde ich sagen. Sehr verehrter König. Nein. Entschuldigen Sie. Was? Die Forderungen. Welche Forderungen? Wie geht das mit den Forderungen aus? Wir haben hier alles schriftlich aufgeführt. Sie müssen nun hier unterschreiben, damit der Schutz der Bauern gewährleistet ist, ob die steuern, wie der Schlechter, der Drachenschlechter Wilburg gefordert hat um 50 Prozent. Sie müssen nun werden. Mein König. Unter dem Volk. Sprich, Weib. Unter dem Volk gibt es Gerüchte. Was? Dass der Drache in einem Feuerball am Willen abgestürzt ist. Schnauze Weißberg. Er ist abgestürzt. Er ist abgestürzt hinter dem Hof im Nimmelreich. Das hast du bestimmt geträumt. Ein Drache kann nicht abstürzen. Und jetzt, schweige. Nein. Schweige. Ich sag's dir nur noch einmal. Halt bloß deinen Schandmaul. Ich bin schon leise. Gut. Was? Sprich. Wie sieht das jetzt aus mit den Forderungen? Ja, wie gesagt, zwei Wochen können wir ja reden. Wann war die Rede von zwei Wochen? Ich hab die ganze Zeit zwei Wochen gesagt. Ich hab kein einziges Mal gesagt. Zwei Wochen, 50 Prozent Steuerlast. Danke. Auf keinen Fall. Zwei Wochen, das ist ja gar nichts. Ich würde mich kurz mit dem Schlechter besprechen. Vielleicht finden wir eine andere Lösung. Bitte nur zu. Mein König hat die Wolves betrübt. Er wird das niemals einkennen. Siehst du seine... ...seine verbündete... ...seine verbündete Sköre. Sein Weib. Äh... ...viererliches Weibs betrüft. Damit sie ihre Seitenkleider finanzieren kann. Sollen die Bauern weiter im Arm leben, ohne Schutz? Äh... ...geht natürlich nicht. Wir müssen dem am Ende setzen. Könnten wir ja. Wie wäre es mit einem... ...Ablenkungsmanöver? Das müsstest du mir genauer erklären. Du stehst vor ihm. Vor dir hat er am meisten Respekt. Hier auf der ganzen Burg. Längst ihn ab. Und ich werde ihn von hinten ertrosseln. Die Frau... ...mit ihm zur Hilfe eilen. Die schmeiße ich vom Geländer. Genau so. 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 Da seid ihr ja wieder. Und? Sind wir uns jetzt einig? Herr König. Zwei Wochen. Kommen Sie mal näher. Wir müssen hier mal... ...ein ernstes Wärtchen miteinander reden. Ich sitze hier auf meinem Thron. Wenn dann kommst du näher. Stehen Sie mal bitte auf. Nein. Ich bin der König. Du kommst her oder lass es. Ich habe für Sie, Herr Königreich, gerettet. Diesen Gefallen können Sie mir doch wohl erweisen. Dass Sie schnell aufstehen für mich. Und mir ein paar Schritte entgegentreten. Ja und dann? Wollen Sie mich küssen oder wie? Ich will Sie nicht küssen, aber ich will Auge... ...Auge auf Auge auf gleicher Höhe mit Ihnen stehen. Also ich werde jetzt aufstehen, ja. Aber ich werde jetzt äh... ...essen gehen. Davor treten Sie vor meine Augen. Nein, ich gehe jetzt essen. Also war schön Sie kennengelernt zu haben. Verlassen Sie mir jetzt bitte den Thronsaal. Und ähm... ...die Wachen werden Sie dann hinaus begleiten. Also machen Sie es gut. Bis dann. Wissen Sie was? Ich werde die Steuern doch nicht erlassen. Ich werde die Steuern sogar noch erhöhen. So schaut es aus, ja. Jetzt schauen Sie blöd, he? Da hast du recht. So musst du es machen. Genau. Das glaube ich nicht. Doch. Doch, Junge. Die erzählen einfach irgendwas. Ich werde jetzt die Steuern um 100% erhöhen. Das denke ich nicht. Doch, das werde ich. Doch, mehr Kleine in Zukunft. Schauen Sie mal hinter sich, Sie werden gar nichts mehr machen. Steh ihn auf! Steh ihn auf! Steh ihn auf! Bring ihn zur Strecke, komm! Vielen Dank, vielen Dank, dass ihr diesen Tyrannen umgebracht habt. Ich war die ganze Zeit auf eurer Seite. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Du hinterlästiges Luder, du. Wir müssen sie loswerden. Nein, was habt ihr vor? Du fliegst das vom Balkon. Nein, ich... das... das wird mich umdringen. Ich bin die Königin! Das könnt ihr nicht tun! Siehst du diese Klinge hier? Lass mich in Ruhe! Siehst du sie? Lass mich in Ruhe! Du musst sterben! Nein! 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 Ich, eins der Lumpenjunge, werde nun hier unter der Obhut von dem Drachenschlechter regieren.